Hier gibt es auch noch Fallschirme. Wer hat gesagt, hier gibt es keine Fallschirme? Lügenpresse! Lügenpresse! Jolly, bist du da? Jolly ist drin! 2,5 klick! 2,5 klick bis Absprungzone. Wir landen also direkt um die Basis rum zu. Auf welcher Höhe sind wir? Was, um die Basis rum? Nicht bei... Ne, unser Pilot wird uns nicht vorher wieder rauslassen. Langsam sollten wir... Bereithalten zum Absprung. Ja, mach mal auf, wir springen gleich vorher. Das wird ziemlich verabschbrochen. Ihr könnt. Und raus! Woah! What the fuck? Oh my fucking goodness! Oh my fucking goodness! Oh my fucking goodness! Oh my fucking goodness! What up? vor allen dingen auch noch ein paar jungs ich glaube schon mal vor den air teil der airborne muss man noch mal überdenken ja wow das hat ja wir brauchen rescue team scheiße ich krieg schon anschließt wenn ich vom hausfall zigo ist voll am arsch naja farby geht es nicht besser ja shit ich hoffe ich bin ja bei der bästin anscheinend heiß ich laufe noch mal kurz zum flugzeug und guck ob da noch was da ist ok nein tue ich nicht hier kommen die schüsse ran nehm den mal auf nehm den mal auf wir müssen oh fuck fängt schon an gib mir moment ich weiß nicht von wo die schüsse kommen ja auch nicht aber ich musste noch stabilisieren sonst ich würde selber angeschossen ich glaube die da unten von mörs abgeballert ja dann sollen die verlegen ja noch steht dass wir den leichten transport müssen wir raus man ja ich lasse hier farby nicht im dreck sterben näher war auf deinen schultern im besten fall gibt mir moment dann packe ich den und bringen hier weg gut war master flash kommt die straße runter jungs und die auf ich laufe in die falsche richtung links von meiner seite master fleisch auf der straße im westen das ist die scheiße ist im westen lasst uns irgendwie in tiefe reinkommen wir haben wir richtung schilf rein paar steine und ja officers ins uns Das war's in der Nähe des Barschens. So, Zigo, schön zusammenbeißen, wenn ich genug Medic-Material habe, rieche ich sie noch dicht. Und dann kriegen wir die auch wieder leicht auf. So, ich hab die Kontakte bekämen, ich bin bisschen getroffen worden, wir haben noch einen verletzten, wir sehen jetzt mal zu, was ist deine Grid-Ref? Ich bin im Norden von euch im Schilf, grad geht nicht mehr, ich mach Zigo noch zu, den hab ich bei mir. Ich hör dich schon, hier, hier, hier. So, jetzt muss ich nur genug Taschenücher für dich dabei haben. Ein bisschen gegen Feuerwehr Nett. Richtung... Das ist da so Richtung Westen. Ach Gott, ist es dein Ernst? Zigo, hör mal auf zu bluten, Mann! Left arm, letztes. Dreimal Bandagen würde ich mal schätzen, dann bist du dicht. Kannst du dir mal ein bisschen zusammentreten, da vielleicht mal jemand kommt und eventuell Hilfestellung leistet? Äh, Jolly, ich mach hier jetzt ein bisschen Richtung Osten weg. Jolly, bist du noch da? Ja, ich weiß nicht genau, wo du bist. Einfach Richtung Osten, weiter dem Schilf entlang, findest du mich. Wer ist denn hier noch in Rufreich weiter? Ich hör doch jemanden. Ich hier. Da ist er, schön. Hab hier einen Schleppdauer, weil tragen wieder nicht funktioniert, wegen Ihnen. Hi, ich sehe jemand da. Ja, komm einfach mal rüber, Zigo ist dicht, ich weiß nicht, kann ich den jetzt nur auf ihn drücken oder wie sieht das aus? Der, nee, der hier muss, der ist noch nicht gestopft, wir haben hier noch einen Haufen Pisse. Ja, passt schon, mach mal Bad Guy mal zurück, aber Zigo ist zu, der rechts neben dir. Weiß doch nicht wer das ist hier. Einer hat ganz krass gebissen. Der hier noch liegt? Ich glaub Bad Guy hat ganz krass gebissen. Ja, dann baller ich dem hier eine Epi rein. Du hast ihn grad umgebracht. Durch die Epi im Basic Medical System, genau. Fabius wird grad auf den Schultern verweckt. Nein, der wird grad aufgegeben haben. Das war ein Scherz, man. Komm mal runter. Wache Torso. Jolly ist Kasse lassen, der hat abgenippelt. Der hier auch? Nein, der ist noch da. Der ist noch da. Der ist noch da. Ach so, ja, dann sind die abgenippelt. Auch in Ordnung. Machen wir hier mal Special mäßig, oder? Wir haben da jetzt rein, hauen den Politischen da raus und gehen wieder. Dann wird's übrig. Ich mein schlecht nach Hause gehen, können wir, oder? Erstmal noch mitnehmen, was mitgeht und dann macht sie mir das durch. Nehmt noch Bandage mit oder so, falls die noch haben. Wir machen jetzt Ghost Squad mäßig ablooten und dann geht das ja ab. Kann ja. Achso, der hat einen Rucksack. Ne, du musst jetzt nochmal Standard aufzugreifen. Ne, das machen wir jetzt schon. So, noch ein Magazin mehr. Ich weiß nicht, was der hier ist, aber heute ist Tag der Magic Moments. Gerade noch als letzter aus der Ausbrühe ausgekommen. Das sah schon ziemlich fett aus. Ich bin auch gerade noch so kurz vor knapp aus dem Ding Haus gekommen. So. Wir müssen hier dann jetzt... Da hat mich so ein Fabi überholt. Im Fall. Ja, den hab ich auch noch gesehen. So, wir müssen dann jetzt hier ein Stückchen nach... Ich nehm mal die Heat mit. Südwest, also Süd-Süd-Süd-Süd. Ja, krieg ich mal hin. Ja. Ich mein, wär nicht das erste Mal. Oder so. Keine Ahnung, einfach nicht anschließen lassen. Ja, eben. Sind alle auf dem selben Kanal? Ja, kleines Funkgerät Kanal 1. 148er. Was haben wir denn? Ich glaub, wir haben hier noch eine Saur rumliegen. Soll ich die mitnehmen? Ja, mach mal ne Saur, die ist wichtiger. Ja. Dann schmeißen wir mal ja die Drecksfallschirme weg. Behindern auch nur. Gut, dann suche ich mir noch ein bisschen Money für das Ding. Ja, noch irgendwie ein paar... Die Politiker sind eh in Leichensäcken. Können wir auch gleich Artiviers reinknallen in den Drecken. Geh mal heim. Ja, ist auch nicht so, dass wir da irgendwie schade kommen. Hat der noch irgendeiner Bandagen? Ja, hier die Toten überall. Ich hab... Ich hab bloß sechs Bandagen. Die sind jetzt überall rausgelotet. Du benutzt ja erst den, ihre. Hab ich keinen Platz für die scheiß Belt oder was? Ja, dann ist das halt so. Dann hebt man dich auch wieder auf. Wir lassen uns nicht anschießen. So, einfach geht das. Weit der Moment. Weit der Moment. Ich versuch grad, um das Schatzmagazin zu kommen. Gut, wir müssen mit Feuer aus Westen wieder rechnen. Dann haben wir es dann jetzt hier. Jawoll. Ja, als Medik habe ich noch rein Bandagen. Ja, pff. Dann... Mach... Versteif dich jetzt nicht auf dem Medik. Ich mach schon hin. Ja. Gut, ich hab die Sorgen und Moni für. Bereit. Langsam. Keil rechts. Auf jetzt. Gut, ich mach ganz rechts außen. Geh nach links. Jawoll. Moment. Rechte Seite an den Verkehrsschildern runter. Ja. Shit, ich seh die noch nicht. Hallo, Gegenfeuer. Rechte Seite. Jetzt seh ich die. Den bekämpft. Den verletzt. Ja, ich bin verletzt. Ich muss mich bandagieren. Eine Bandage brauche ich nur. War kurz weg. Hast du noch Bandagen? Ja, ich hab noch ein paar. Okay. Das lief jetzt ja ziemlich geil. Da kommt, glaub ich, ein eigener Helikopter von uns. Helft mir mal. Bevor dir... Bevor dir hier mir noch als Leiche... Bevor der mir abnippelt und mich meinen ganzen Lebtag noch verfolgt. So würde ich Stofflein setzen. Was verbindest du? Ja, grad Toasus, grad das letzte noch. Dann ist er schon wieder dicht. Nicht so schlimm erwischt. Ich hab den Scheiß Wichser halt nicht gesehen. Okay, ich drück ihm ne Morphium. Gut, dann sollte er gleich gleich wieder da sein. Wichser, ey. Ich treffe geachtet, dass ich mit dem großen Visier nicht hier... ...dach sich Gerät nix sehe. Kann ich dem eigentlich noch ein bisschen Blut geben? Hab ich genug von mit. Ich bin kein Medic. Ich auch nicht. Ich bin Medic. Wer hat Blut? Dann kümmer du dich um Stoffel. Drück dem nicht hin, ob sie wieder steht. Sehr gut, wir haben sogar noch einen Medic dabei. Ja, mal gucken zuerst. Was seine Scheiße. Noch in Schmerzen. Eine Morphium hab ich ihn schon gedrückt. Gerade jetzt oder von vorher? Gerade jetzt. Ah, warte. Er hat immer noch Schmerzen. Hau ihm ne Epi rein, wenns geht. Soll ich zuerst Blut? Ne, sieh zu, dass er als erstes wieder steht. Ja gut, es kann sein, dass er dann mit der Umfeldwelle kein Blut hat. Aber ich hab es... Mach mal Epi, dann guck ich mal was passiert. Einfach alles rein in den Stoffel, der ist es gewohnt. So, alles gut, weiter gehts hier. Ach, ihr Schweizer seid Herrlich. Mach mal Epi. Schauen wir mal, ob er bestürmt. Genau. Der ist hart im Nehmen, der merkt es gar nicht. So, haben wir gerade was gemerkt. Der, der Sicherungsbereich vorne hat, hat als einziger rechts die Kontakte gesehen. So, jetzt nochmal ordentlich. Ja, weil die hinter dir nämlich die Schilf zwischen dir und den Kontakten hatten. Das ist gelogen, das weiß ich. Spack, weiter. Glock... Tja, das ist halt so. Ja, ja. Mach den Typ mit der Geladenen so wütend. Das ist immer ne gute Strategie. Ich hab ein UGL. Na und, was willst du denn machen auf zwei Meter mit dem Ding? So ein Ding in die Fresse zu kriegen ist auch nicht gerade angenehm. Ist nicht angenehmer, du hast einen Schuss. Ich zieh schneller als mein Schatten. Und das bei Nacht. Ach, du bist Kurt? Ich bin Kurt, ja. Ja. Ach, shit. Wieder runter, wir haben Friendly hinter uns. Wieder bei den Verkehrsschildern. So, wie sieht das hier aus? Siehst ja, wie weit das wir gekommen sind bis jetzt. Ja, also... Ihr habt nicht den brennenden Stein gemacht. Ah, du hast doch hier von vorhin einen Stein gemacht. Verrecken vorgeflogen werden oder das Maul aufreißen, du. Wieso? Ich bin dafür, wir machen die Speerspitze, sonst geht ja gar nichts weiter, Stoffe. Ja. Bin ich dabei. Fängt ja schon wieder an hier, ey. Da ist Yoko in Assas Team, wo immer Assas jetzt rumrennt. Ich bin hier, wir haben gerade ein anders... Wir haben gerade ein 4-Mann-Team aus den verbleibenden 4-Mann gebildet, aber... Das ist zusammengeschweißt. Ja, wir können die Teams dann wieder auseinander... Okay. Bei mir alles auf Funkgerät. Ja, hier... Mario, oder wie der heißt, kommst du mal ein Stück weit auf vor. Gut, wir haben jetzt hier schon ziemlich beschissene Sicht auf das Ding. Ja, ist doch gut. Bist du da was in dem Turm? Ich nämlich nicht. Da geht's schon mal ab. Ah, ein Zetteltier. Ah, ich fühle halt. Du Spawn-Scheiße. Ach, die meinen es ja auch nur gut. Um, du bist... Ich bin in der festen Überzeugung, wir hätten das auch zu viert geschafft, aber kann nicht schaden. Ich glaube, auf der linken Seite Bewegung. Halblinks, äh, links unterhalb des Turms. Dem linken. Drei-Mann-Team, Bewegung. Check, sehe ich. Ich meine, das hat mich verbuggt. Ich kann nicht auf Kanal 2 schalten. Ähm... 600 Meter. Brauche ich auch nicht range, denn da ist ja ne Zahl drüber. Sind die schon heiß? Ne, die sind noch nicht heiß. Sind die vier Mann, oder? Äh, ruft mir ein Support-Menü auf. Hier, Freddy, komm mal ran. Wir haben da vor uns ein paar Steine. Eventuell können wir von da einen Feuerkampf aufnehmen oder wir hatten noch... Ja, komm. Wir pushen mal hier vor. Check. Funk-Check auf der 2. Perfekt. Warum höre ich die 2? Achso, stimmt. Moment. Ich möchte ja nichts sagen, aber... Ich bin auf dem falschen Channel, sorry. Ich möchte ja nichts sagen, aber ich habe ein Raketenmeer von unten eine Sau. Ich bin eine fette Sau. Warte mal kurz. Ich bin gerade der typische Public-Spieler. Wow! Okay, Feuer öffnen auf die Bitches. Ja, 140 Grad. Leg doch die Waffe auf. Was ist jetzt los? Reiß mich mal ein bisschen an, ich sehe einen Scheiß-Dreck. Ja, das ist schon mal gut. Nachladen. Rückstrahlzone frei. Ja? Gut, ist dir auch egal. Sehr gut. Oh, nice, Alter. Gut, jetzt ein bisschen Spaß haben, warum ist man, dass das möglich, oder? Ich glaube, ihr habt zu viel. Kleinen Kontakt hier, die leben. Check. Nice, Mann, nice. Lade. Okay. Taktisch durchladen. Jetzt kommen die noch und tun, als hätten sie auch mal geschossen. Falscher Funk. Boah, ich glaube, der kriegt noch was. Da liegt noch einer. Jetzt liegt er. Nee, doch nicht. Jetzt liegt er. Gut, halten. Da rechts ist noch Muscle-Feyer. Flares sollten. Ja, stimmt vor dem Push, auf den du gerade schließt. Jawoll, down. Sehr schön. Okay, wir pushen hier weiter vor an die nächste Wand. Jawoll. Hopp, hopp, hopp. Ja, scheiße. Längst, der war immer noch nicht da. Ja, wir haben noch eins vor uns. Wir haben noch eins vor uns, links. Komm, ran an die Mauer, ran an die Mauer. Ja, f*** dich. Du nicht, Alter, du nicht. Ich mach' doch die Kettwaffe auf. Okay, Clock, du hältst hier Position. Ja. Ja. Jetzt springen wir an die nächste Wand vor. Check. Ja. 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 Clock, nachrücken. Check. Ja. 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 bin da gut dolly siehst du auf 125 den einen größeren stein dahinter ist ein reichen ach weißt du warten wir nach glock halten okay nachziehen Glock weiter Wir haben direkt vor uns noch ein Jungs Wo? Ach da Dürft down sein Gut Selbes Spiel bis zur nächsten Mauer Check Nachziehen Ich komme Aha Hätten wir das auch mal gemacht? Er hätte auch irgendwie 5 Minuten früher kommen können Hätte auch irgendwie vorher überhaupt was sagen können Ich habe schon irgendwie Cast von rechts gehört Also die wussten anscheinend Bescheid Na gut Immerhin wusste jemand Bescheid Okay komm ran an die Basis Check Ich muss mal check mich immer nicht noch ab Ich glaube mein Mag ist fast leer Okay wir ziehen an dem vorbei Wir überspringen Richtig Richtig Alpha rechts rum Bravo links rum Los Einmal drum zu um die Basis Okay Am Ende ist müde Ich glaube ich habe noch 20 Schuss oder so im Magazin Ich glaube ich habe noch ein Standard Magazin dabei Ich weiß nicht ob das in die Sauron passt Ja Scheint nicht Sorry Was ist das? Ich Was ist das? Ja Wir haben ja auf einmal einen vierten Mann Du hast ja noch 15 Schuss Ja Ja das Bugs Sonst einer weniger Einer noch mehr Gut ich glaube ich nehme wirklich die Pistole raus Mächt nix Okay Oh fuck Jetzt hat er anschmeißen die Granaten rum Fabio ist du noch da? Ich weiß nicht ob es eine Granate war Bravo eindringen Machen sie das Ding platt Shit Was soll das denn sonst gewesen sein? Na leck mich Was ist das hier für ein Eingang? Das ist etwas Ich geb dir was ich geb dir auch Ich bin sehr